Welchen Rekord hält der Monarchfalter? Dafür habe ich dir wieder unsere Weltkarte rausgeholt. Der Monarchfalter lebt in Amerika, um genau zu sein in Nordamerika, um noch genauer zu sein ganz oben im Norden. Und der Rekord, den der Monarchfalter hält, ist, dass der im Herbst, wenn es langsam kalt wird, runterfliegt einmal durch ganz Nordamerika bis hier nach Mittelamerika. Da ist es schön warm, da fühlt er sich im Winter wohl. Und so weit fliegt kein anderer Schmetterling.